Schönen guten Tag, wir sind hier in der Schule in Pönitz und im Hintergrund sehen Sie schon die Musikgruppe, die mit dem Erasmus-Projekt wieder nach Portugal reisen darf. Du bereitest dich ja gerade mit deiner Musikgruppe auf das Projekt vor Erasmus. Ihr fahrt ja oder fliegt ja dieses Jahr wieder nach Portugal. Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben uns eine kleine Playlist von verschiedenen Songs aus Rock, Pop und Singer-Songwriter-Stilen herausgesucht, die geprobt in dem letzten halben Jahr und werden diese in Portugal aufführen. Zusammen mit den Portugiesen, denn wir in Pönitz bilden eine eher Pop-Rock-lastige Bandformation mit Sängerinnen und Sängern natürlich. Und in Portugal erwartet uns eine akustische Truppe aus jungen musizierenden Damen und Herren, die aber dann auch sowas wie Violinen, Querflöten und Klarinetten spielen. Wir werden nicht nur nach Portugal zum Musikmachen fahren, sondern wir werden natürlich auch, und das ist Sinn und Zweck von Erasmus, von dem Programm, interkulturelle Erfahrungen sammeln müssen und dürfen. Das heißt, wir sind dort in Gastfamilien untergebracht und werden natürlich vor und nach den Proben auch Land und Leute kennenlernen. Und ganz am Schluss, wenn wir uns schon von unseren portugiesischen Freunden verabschiedet haben, werden wir noch zwei Nächte und knapp drei Tage in Lissabon verbringen als deutsche Gruppe und werden uns da auch noch einmal die wirklich echte, große, schöne Hauptstadt Portugals anschauen. Also ihr fliegt ja am Freitagnacht los und kommt ja dann am 24. wieder zurück. Wie sieht das denn mit den portugiesischen Austauschstülern aus? Die werden ja hier bestimmt auch herkommen. Ja genau, die kommen schon am 29.2. Das ging von der Zeitplanung der beiden Schulen nicht anders, aber das trifft sich auch sehr gut, denn sie werden vom 29. Februar bis zum 7. März bei uns hier auch wieder in Gastfamilien untergebracht sein. Und schon jetzt laden wir natürlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer sehr herzlich ein, um unser großes Konzert am 5.3., das ist der Donnerstag, um 17 Uhr hier in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Pönitz zu besuchen und mit uns natürlich diese tolle Musik zu erleben. Alternativ, wer da wirklich verhindert ist, kann am 6.3. zum Sponsorendinner ebenfalls hier in die Aula kommen und auch dort wird das musikalische Rahmenprogramm durch unseren Austausch gestaltet. Seit vier Jahren lassen wir diesen Schüleraustausch zwischen Deutschland und Portugal über Erasmus laufen. Das bedeutet, dass wir natürlich zusätzlich zu dem Schüleraustausch auch ein Projektziel, in diesem Fall eben das Musikmachen und das Erstellen einer Musikrevue auf der Bühne, das hat es zum Ziel. Und dadurch bekommen wir auch in einem gewissen Maße Fördergelder, sodass die hohen Reisekosten und andere damit verbundene Produktionskosten ein bisschen aufgefangen werden können und kompensiert werden können. Herzliche Einladung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 5.3. um 17 Uhr hier in die Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Pönitz. Dort werden wir zusammen mit den portugiesischen Jugendlichen unsere Musik spielen, aufführen und erlebbar machen. Musik